So, da haben sie jetzt einen Aufwurf. Einen haben sie mehr, der andere war freig von den Althofnern. Und jetzt spielen sie da, das ist ja irgendwie feig, aber es ist ja wurscht. Rutschig ist auch Standorf in der Überzahl und da rammt die Maria, den muss er ja machen. Was ist denn da los? Jetzt kriegt er den Buck noch einmal. Und jetzt hat den Oberrauner und der weiß nicht, was sie tun. Spielen wir da auf die blaue Linie und der Steinberger wieder zurück auf diesen Oberrauner. Ja, die Schöne, das ist da! So ein Hummer! 1-0 für die Steindorfer, Wahnsinn! Dass der sowas kann, also ihr kennt das nicht.